Läuft da etwas zwischen Ben Affleck und Kick Kennedy? Vergangenen Mittwoch reicht Jennifer Lopez, die aktuelle Ehefrau des Schauspielers, die Scheidung von ihm ein. Zwischen J-Lo und Ben ist es nun offiziell aus und vorbei. Doch berichten zufolge scheint der Batman-Star sich bereits mit einer anderen Dame abzulenken. Ein Insider behauptet, ihn hin und wieder in Begleitung von Kathleen Alexandra Kennedy, der Tochter von Robert F. Kennedy Jr. zu sehen. Ob sie miteinander anwandeln, ist unklar. Doch eins ist sicher. Kicks Promischwamm war schon immer Ben. Aber viel mehr als eine Schwärmerei scheint er wohl auch nicht zu sein. Wie ein anderer Informant zu verstehen gibt, datet Ben Kick nicht, geschweige denn geht er überhaupt mit jemandem aus. Und auch der Vertreter des Hollywood-Stars dementiert die Spekulationen. Nichts davon ist wahr. Ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt kennen. Nach all dem Trubel der vergangenen Monate gönnt sich Ben sicher erstmal eine Auszeit von der Liebe.